Jo, moin Leute! Hier mal was anderes. Seht ihr das da? Guckt mal an das kleine süße Ding. Eine Echse. Jetzt bewegt er sich. Ist hier natürlich mitten auf dem Feldweg. Eine Spurrille, wenn man hier so guckt. Stell Kamera, Stellschach. Nicht, dass hier mal ein Bauer kommt und ich platt fährt. Kleiner, bewegt dich mal weiter hier. Lebst gefährlich. Komm her. Na los. Ne, er stellt sich tot jetzt. Na komm. Ne, er will nicht. Ne, gut, das wollen wir auch nicht mehr ärgern. Wenn wir jetzt weitergehen, dann wird er wohl weiter... Ah, hier hat sich bewegt. Mal ein bisschen weggehen. Na komm, lauf weg. Jetzt bewegt er sich. Habt ihr gesehen? Aber eilig hat er es nicht. Jetzt seht ihr. Ganz langsam. An der Temperatur kann es nicht liegen, dass er so langsam krabbelt. Weil wir haben es jetzt noch 26 Grad und schwülwarme Luft. Einfach nur abartig. Und das selbst gerade nach einem kleinen Regenschauer noch so warm, ja. Jetzt haut er ab. Keine Lust mehr. Na komm, geh weiter. Ja, der sieht einen. Die sind ja nicht dumm, nicht? Stellt er sich wieder tot. Ne, er krabbelt weiter. Ach so süß, so eine kleine Echse. Richtig knuffig. Okay, wollen wir nicht weiter stören. Haut rein Leute, das war mal ein kleines anderes Video. Ich sage Tschüss. Aua, lang laufen noch. Mal ein bisschen spazieren gehen. Hoffen, dass man auf keine andere Echse noch hier drauf treten. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif Leute und haut rein.